So und da bin ich wieder. Ich habe mir gerade mal diesen letzten Part angeguckt und da habe ich gesagt, dass wir noch mit dem Türöffner alles öffnen müssen bzw wollen, um dann diesen Boss von Team Rocket zu besiegen. Und dann wahrscheinlich sind hier alle gebäudefrei. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Gebäude rein. Den Türöffner habe ich hoffentlich dabei. Und dann kriegen wir da noch einige Items, schätze ich mal. Ihr könnt ja noch irgendwie sagen, ob sich das lohnt. Ob sich das lohnt, das Kickly irgendwie mit ins Team aufzunehmen. Weil wir haben ja eigentlich Manky schon. Von daher weiß ich nicht, ob sich das lohnt, weil wir haben ja schon eigentlich ein Kampf-Pokémon. Ah, hier. Bingo! Hier waren wir aber schonmal. Finale-Attacke. DRECKS-DING! Bingo! Was ist mit dir los? Ich bin ein Spion und ich filtriere die Safeco. Ja, schön. Wunderbar. Ich meine, hier wären wir aber auch schon gewesen. Das heißt, dass wir gehen nach dem zweiten Floor. Das ist mein pretty good englisch. Mein awesome englisch. Normalerweise müsste man jetzt hier die ganzen Teleporter nicht mehr benutzen. Weil so überall hinkommen eigentlich. Außer wenn es ein komplett abgeriegelter Raum ist. Gut, dann. Next stage. Da ist auf jeden Fall noch ein Item. Aber das ist elf. Bingo! Ich geh jetzt erstmal nach rechts, weil ich glaub, hier waren wir schon überall. Ja. Oh Gott. So. Was ist mit dir? Ich arbeite für Team Rocket. Die Safecoe zahlt mir zu wenig. Okay. Gut. Dann kämpfen wir halt. Wahrscheinlich ein Smogmog und ein Elektroball. Nein, Elektroball. Entschuldigung. Ähm. Was war denn gegen Elektro-Pokémon nochmal gut? Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Oh, das war nicht so geil. Äh. War nicht Christoph geil? Lichtschild. There is a tractor coming. Oh. Gut. Alex. Man kämpft so selten gegen so Pokémon. Also so Elektro-Pokémon. Oh, man ey. Wow, es hat ja sehr viel abgezogen. Oh, man ey. Wow, es hat ja sehr viel abgezogen. Ja. Meine ich mich noch dran erinnern zu können. Ist jetzt mal so dahingestellt, ne? Ja. Was kommt jetzt? Hört sich nach einem Rasenmäher an. Nach so einem Fahrbaren. Sehr schön. Ach so, was auch noch jemand gesagt hat wegen Rettern und Arbok. Du hast mich erwischt. Oder so. Ähm. Rettern ist rückwärts. Natter. Und Rettern ist ja eine Schlange. Und Arbok ist Cobra rückwärts. Sehr cool. Also sehr einfallslos eigentlich. Aber doch cool. So, das war's hier. Dann gehen wir mal grad hier auf den Teleporter. Meine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Und, genau, auch noch. Das hat jemand, ich sag mal in Anführungszeichen, beanstandet, dass ich so selten mit Pikachu rede. Weil das ist ja quasi so das Feature hier in der gelben Edition. Aber ich find das irgendwie überflüssig. Keine Ahnung. Ich bin da... Ich bin... Mein Kopf muss sich grad zu ruhigen. Einen Moment. Ähm. Meine Aufgabe ist es, hier zu kämpfen und nicht mit Pokémon zu quatschen. Ein Traumato! Los! Flügelschlag, Lars! Funktioniert das? Oh! Ja, doch. Sind die bitte kein Flügelschlag? Wirbrübe. Gerne! Super! Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn Lars noch eine Attacke erlernt, dann weiß ich auf jeden Fall, welche wegfliegen wird. Wegfliegen? Mein Auge juckt. Slimer. Slimer ist für mich so ein Pokémon, das ist gegen Wasser. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, weil es so eine verdünnende Wirkung hat. Aber ansonsten ist das, glaube ich, gegen alles irgendwie immun. So habe ich das Gefühl. Das ist halt Schleim. Ich will es mit Schleim. Schleim ist Schleim. So, was hast du noch als nächstes Auflage? Du hattest drei, ne? Ich meine schon. Ein Macholo. Sehr schön. Oder ein Macholo. Ich meine das doch nicht. So, direkt Flügelschlag und man... Bam. So, mach du dein Silber, bitte. Wie kann man denn... Ich verstehe das nicht, wie man so Attacken benutzen kann. Vielleicht mal außersehen draufgedrückt oder so, aber... Ich denke mal, dass die nett ist. Der Türöffner hat die Tür geregelt. Ich gehe jetzt wieder auf den Teleporter. Ich weiß nämlich nicht, in welchem Stockwerk ich hier bin. Das ist auf jeden Fall noch eine Tür. Noch eine Tür. Alle Türen öffnen. Mach dir die Schwachstellen zunutze. Denk auch mal an die Elemente. Ich wollte zuerst Elefanten sagen. Denk auch mal an die Elef... Elefanten möchte ich auch mal gerne streicheln. Die sind bestimmt ganz schön warm. Könnte ich mir vorstellen. Also, wenn man die so anfasst. Kuh... Ach, ich bin so froh, dass es hier keine Zwischenkämpfe gibt. Das wäre mega ätzend. Okay, dann gehen wir jetzt wieder ein Stockwerkchen nach oben. Gut, das war nämlich dann eben, glaube ich, nicht das nächsthöhere Stockwerk. Autos draußen unterwegs. So. Die Türen sind elektronisch verriegelt. Ohne Türöffner kommt man nicht durch. Mach ich hier schon mal? Ich glaube schon. Ja, ich meine schon. Das macht auf jeden Fall der... Also, der macht auf jeden Fall keinen Sinn. Hilfe, ich habe Angst. Ich mach mal gerade hier einfach die Tür auf. Ich geh direkt wieder zurück. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Oh. Fluchtseil. Hyperheiler. Topbeleber. Topbeleber hört sich so an, als ob man... Oh, wer bist du denn? Psst. Siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Doch. Topbeleber hört sich irgendwie so danach an. Von wegen, ich belebe das Pokémon und... Ich hab auch noch, weiß ich nicht, nicht ein Drittel der Energie auf, sondern zwei Drittel. Oder alles. Keine Ahnung, so hört sich das jedenfalls mal an. So. Okay. Hier haben wir schon alles. Ich meine, hier unten wären wir auch schon drinnen gewesen. Nee. Oder vielleicht nicht aufgemacht, das kann natürlich sein. Ja, ja. So, wer bist du? Ein Eindringling. Misch Team Rocket auf. Das bist du, oder? Ja. Oh, dann ist hier nichts weiter. Dann können wir noch eins weiter hochgehen. Oh, noch eine Tür mit Items. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Arzthelferin da war. KP Plus. X Treffer. Also da, wo die Türen offen sind, mit denen hab ich auf jeden Fall schon allen gelabert. Okay, dann können wir hier auch weiter. Oh, ich freu mich auf Freitag. Da gibt's Schnitzelchen. Yum, yum, yum. Ah, hier hat man noch eine Tür. Und ein Auto. Wer bist du? Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Aber wenigstens müssen wir nicht kämpfen. Es wäre fatal, wenn Team Rocket die Silvco und, oder unsere Pokémon übernehmen würde. Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Gibt's eigentlich nur einen einzigen Meisterball? Das hört sich jedenfalls so danach an. Oder der ist halt fucking teuer. So, war hier neben noch ein Weg? Nee, dann gehen wir hier den schmalen Gang runter. Okay. Dann gehen wir noch eins übereinander oben. Das war doch jetzt noch oben, oder? Ich hoffe mal. Bingo! Ich glaube, hier war ich noch nicht drinne. Wo bist du? Ob die Silvco schon erledigt ist? Nee. Kannst du doch so nicht sagen, bin jung. Ist das die gleiche? Gittich. Ja. Dann war ich da wahrscheinlich schon drinne. Gehen wir noch einen Stockwechsel nach oben. Na in. Na in. Na in. Na in. Na in. Ach, die. Ja, okay. Den hatten wir schon. Ein Auto. Nee, ein Motorrad. Ah, hier ist die Tante. Habe ich gekämpft? Ich weiß es nicht. Oh, sie ist mir. Das kann ruhig besser. Geht jedenfalls sehr schnell. Schneller als im Fokustent, weil die noch einen elendlichen Dank voll quatschen. Okay. Dann gehen wir noch eins nach oben. Okay. War ich hier schon drauf? Ja. Kann sein, dass ich hier auf den Plattformen vor fünf Minuten schon war. Hm. Gut. Ich muss jetzt aber hier wieder ein Päuschen machen. Und, äh, wir sehen uns dann nachher beziehungsweise morgen. Wieder. Tschüss. Tschüss.